Musik So, alle wieder da, wunderbar. Diesmal bin ich mal, ein Momentchen zu spät. Ich freue mich jetzt ganz besonders, Ihnen den Kurt Tepperwein präsentieren zu dürfen. Kurt Tepperwein, ja, ich glaube, viele haben schon von ihm gehört, viele haben seine Bücher gelesen und viele sind gespannt, ihn live zu erleben. Ich möchte noch auf zwei Dinge hinweisen und zwar wird am Freitag ein Vortrag mit Kurt, nein, am Samstag ein Vortrag mit Kurt Tepperwein stattfinden zum Thema, wie man vom Leben bekommt, was man will. Informationen dazu gibt es in dem Workshop-Heft oder auch unten an der Kasse. Am Sonntag haben wir dann das Kausaltraining mit Kurt Tepperwein und Nada. Ich denke, das ist auch ein sehr, sehr tiefgreifender Workshop, in dem sich sehr viel verändern wird für Sie. Auch Informationen dazu unten an der Kasse. So, dann möchte ich noch eben kurz darauf hinweisen, dass die Tepperweinkollektion in der Wandelhalle einen Stand hat. Auch dort gibt es viele Dinge auch zu sehen. Ja, ich denke, das ist das, was ich zu sagen hatte und jetzt wünsche ich Ihnen... Morgen früh um 10 Uhr haben wir noch einen Vortrag. Ah ja, okay, morgen früh, natürlich, Dankeschön. Morgen früh um 10 Uhr haben wir noch einen Vortrag, auch mit Kurt Tepperwein, und zwar geht es darum, Ihr Zauberstab Gedankenkraft, auch ein ganz, ganz, ganz hervorragender Vortrag. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Kurt Tepperwein und willkommen im Reich der Fülle. Herr Tepperwein. Das Grundprinzip der Schöpfung ist Fülle. Ohne Fülle ist Vollkommenheit nicht vollkommen. Viele gute Menschen tun alles, um immer vollkommener zu werden. Sie meditieren regelmäßig, gehen zum Satz, sagen, ernähren sich vegetarisch und sind stets liebevoll zu allen. Aber sehr oft meiden sie Geld und Wohlstand, ignorieren oder verachten sogar die Fülle und damit einen Teil der Schöpfung. Kaum jemandem ist bewusst, dass damit die Vollkommenheit nicht mehr zu erreichen ist. Denn wie die Weisheit der Sprache schon sagt, nur vollkommen ist die Vollkommenheit vollkommen. Und wenn Sie dann irgendwann in den Himmel kommen und Gott Ihr Leben anschaut, wird er sagen, Du hast ein sehr gutes Leben geführt und die höchsten Schritte gemeistert, aber du hast die einfachsten Schritte ausgelassen. Also musst du noch einmal zurück, runter, um diesmal alle Schritte zu tun, alle Aspekte der Vollkommenheit zu erleben. Und inzwischen zeigt ihm Gott sein Haus im Himmel, in dem er bis zum nächsten Leben wohnt. Und er sieht voller Staunen, dass sein Haus voll ist mit den herrlichsten Dingen. Und Gott sagt, das sind all die schönen Dinge, die ich für dich im letzten Leben vorgesehen hatte, aber du hast sie nicht abgerufen. Nimm sie beim nächsten Mal in Besitz, denn erst damit ist Vollkommenheit vollkommen. Und deshalb weise ich immer wieder darauf hin, dass Geist und Materie gleich wichtige Teile der Vollkommenheit sind. Wenn ich einen Teil ignoriere, ist Vollkommenheit nicht mehr zu erreichen. Also lade ich sie ein, die natürliche Fülle des Lebens in Besitz zu nehmen und ihr Leben hier und jetzt wirklich zu vollenden. Seit Jahrtausenden ist es ein überliefertes Geheimnis, dass jeder Mensch über unbegrenzte Schöpferkraft verfügt, mit deren Hilfe er sein ganzes Leben verändern und freigestalten und bestimmen kann. Und so Gesundheit, Erfolg, Wohlstand, Glück in seinem Leben als erlebte Realität manifestieren kann. Tatsächlich verursachen sie in diesem Augenblick jetzt ihre Zukunft, die dann als ihre erlebte Realität in Erscheinung tritt. Das heißt, ihre energetische Signatur, ihre Ausstrahlung, ihre Schwingung zieht entsprechende Ereignisse in ihr Leben. Hält allerdings auch dem nicht entsprechende Ereignisse zuverlässig fern, auch wenn sie die gerne hätten. Aber sobald Absicht und Ursache übereinstimmen, muss das Leben den erwünschten Endzustand als ihre erlebte Realität manifestieren. Und das tut es dann auch, immer, bei jedem und in jedem einzelnen Fall. Nach dem Besetz, wenn, dann. Und wenn nicht, dann eben nicht. Es ist die Rückkehr in die vergessene Allmacht, die wir allerdings erst in Besitz nehmen können, sobald wir erwachen. Denn irgendwann, auf dem Weg zu uns selbst, erkennen wir, dass wir schlafen. Nicht nur nachts, sondern auch tagsüber schlafen wir mit offenen Augen. Wir glauben, wach zu sein, träumen aber in Wirklichkeit unseren Traum vom Leben. Und das zu erkennen, ist der wichtigste Schritt auf dem Weg zu uns selbst. Denn wir bemühen uns nicht aufzuwachen, wenn wir glauben, wach zu sein. Dabei träumen wir nur, wach zu sein. Das Leben eines Menschen beginnt nicht am Tag seiner Geburt, sondern in dem Augenblick, wenn er zu Bewusstsein kommt. Und jeder Tag, jeder Augenblick ist eine Chance, dem Leben andere Anweisungen zu geben und so in ein ganz neues Leben einzutreten. Das beginnt damit, zunächst einmal alles loszulassen, was nicht mehr zu mir und zu meinem Leben gehört. Sein Leben wirklich zu führen. Den meisten Menschen fällt es sogar schwer, ein Gespräch zu führen, zu einem bestimmten Ergebnis zu führen. Aber auch eine Situation, eine Beziehung, eine Firma, ein ganzes Leben. Und zu leben als Gewinner. Und dabei ist alles ganz einfach. Es ist wirklich vollkommen mühelos. Wenn es nicht mühelos ist, ist das nur ein Zeichen, dass es anders leichter ginge. Als Gott die Welt schuf, geschah das in völliger Mühelosigkeit. Gott sagte, es werde Licht und es ward Licht. Und auch die Natur funktioniert vollkommen mühelos und wählt stets den leichtesten Weg. Das Prinzip ist auch als mathematisches Gesetz bekannt, als das Gesetz des geringsten Aufwands. Alles im Universum folgt diesem Prinzip. Warum sollten wir das nicht auch tun? Machen wir uns bewusst, die Anstrengung ist der Fehler. Mühelosigkeit ist der Weg. Und jeder Tag, jeder Augenblick stellt mich vor eine Entscheidung. Die Entscheidung, wie ich mit diesem Tag, mit diesem Augenblick umgehe. Frage ich mich, was wird mir dieser Tag heute bringen? Dann bin ich in der Haltung eines Opfers. Ich erlebe mein Leben, es geschieht mir. Oder ich erlebe den beginnenden Tag, diesen Augenblick als bewusster Schöpfer. Dann frage ich mich, was ist die Chance dieses Tages? Die noch ungeschöpfte innere Wirklichkeit, die durch mich in Erscheinung gerufen werden will. Und dann erkenne ich, das ist mein Tag, mein Leben. Dieser Augenblick gehört mir und er wartet auf meine Anweisungen. Und alles ist möglich. Dann erkenne ich auch, dass das Leben mir wirklich alles geben will und nur auf meine Anweisungen wartet. Und entspricht das Ergebnis einmal nicht meiner Erwartung, habe ich nicht das Richtige bestellt. Denn das Leben liefert, was bestellt wird. Und nicht das, was ich haben wollte. Ist aber nicht schlimm. Ich brauche nur, neu zu bestellen. Und schon bekomme ich, was ich immer haben wollte. Und ich erkenne, wir haben das Paradies nie verlassen. Und alles beginnt damit, die Kunst der Mühelosigkeit loszulassen. Lassen Sie alles los, was Ihr Leben schwer macht. Schauen Sie jetzt nicht Ihren Partner an, der könnte das missverstehen. Dazu gehören zu hohe Ansprüche, unerfüllbare Erwartungen, auch gute Vorsätze. Tun Sie es oder lassen Sie es, aber Sie brauchen keine Vorsätze. Es sind vor allem vier Bereiche, die Sie loslassen sollten. Krankheit, Mangel, Leid und eine nicht erfüllende Beziehung. Und indem ich Krankheit loslasse, entsteht Gesundheit. Indem Sie Mangel loslassen, entsteht Wohlstand. Indem Sie Leid loslassen, entsteht Freude. Und loslassen geschieht im Bewusstsein. Im Außen ist gar nichts zu tun. Im Außen geschieht es dann mühelos ganz von selbst. Ich muss es in mir vollziehen. Und ein wichtiger Schritt dazu ist, uns aus der Ego-Falle zu befreien. In Südindien wendet man eine einfache Falle an, um Affen zu fangen. Man befestigt eine leere Kokosnuss mit einem Loch darin an einem Baum, sodass ein Affe sie sehen kann. Dann legt man einen Leckerbissen für den Affen hinein und lässt los und geht weg. Und sobald man weit genug weg ist, kommt der Affe, greift rein, nimmt den Leckerbissen. Mit der vollen Hand kann er aber seine Hand nicht mehr aus dem Loch rausziehen. Und dann sitzt er in der Falle. Nach diesem Prinzip funktionieren alle Fallen. Wir halten an irgendetwas fest. Wir brauchen nur loslassen, dann wären wir frei. Aber wir lassen nicht los. Und dann sitzen wir in der Falle, in der Ego-Falle, in dem Fall. Also prüfen Sie einmal, wo Sie in der Falle sitzen. Wo Sie einfach frei sein könnten mit einem Schritt, in dem Sie loslassen. Fangen wir mit etwas ganz Einfachem an. den Ärger loslassen. Gibt es jemanden unter uns, der sich gelegentlich noch ärgert? Scheinbar doch. Schauen wir uns das doch mal an. Was versprechen Sie sich davon? Ärger macht alles nur noch Ärger. Das heißt also, egal worüber Sie sich ärgern, das, worüber Sie sich geärgert haben, ist nach Ihrem Ärger genauso unverändert wie vorher. Sie könnten sich gerade wieder ärgern. Das heißt also, Ärger bringt keinerlei Vorteile, hat aber viele Nachteile. Sie verderben Ihre Laune, Ihren Appetit, Ihren Schlaf. Sie kriegen vor der Zeit Falten und so weiter. Und alles ohne jeden Vorteil. Also wäre es doch interessant, das zu lassen. Und das ist tatsächlich einfacher, als man denkt. Sie müssten nur Ihrem Unterbewusstsein ein entsprechendes, sinnvolles Verhalten geben. Ein Beispiel. Etwas, das Sie alle kennen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren im Auto, Sie fahren auf der Hauptstraße, Sie fahren rechts, Sie fahren 50, Sie sind gut gelaunt, die Sonne scheint. Ihr Leben ist rundum in Ordnung. Dann kommt einer von links und nimmt Ihnen die Vorfahrt und in einer Notbremsung können Sie gerade noch so einen Unfall verhindern. Und der fährt einfach weiter, kümmert sich nicht drum und Sie rufen ihm nach, Gott segne dich oder so ähnlich. Es kann sein, dass Sie das im Moment etwas anders formulieren. Und Sie ärgern sich. Schlimmer noch, Sie fahren ja irgendwo hin, der Ärger ist schon ein bisschen abgeflaut. Dann erzählen Sie am Ziel, stell dir mal vor, was mir eben passiert. Und dann regen Sie sich noch einmal auf, Sie wärmen den Ärger noch mal auf. Und im Laufe des Tages klingt der ab, vielleicht haben Sie ihn sogar vergessen, aber abends, wenn Sie nach Hause kommen, fällt es Ihnen wieder ein, wenn Ihr Partner sagt, na, wie war dein Tag? Ja, heute, morgen, da stell dir mal auf. Und dann ist der Ärger wieder da. Das heißt also, wir ärgern uns nicht nur einmal über einen Anlass, wir nutzen den auch noch mehrfach aus. Und das sollten wir ändern, könnten wir ändern, beispielsweise, indem Sie noch einmal anhalten und den Film Revue passieren lassen. Also, die Situation können Sie ja nicht ändern. Da kommt wieder der und nimmt Ihnen die Vorfahrt und fährt weiter. Und anstatt jetzt sich zu ärgern, halten Sie an, klopfen sich auf die Schulter und sagen, Donnerwetter, damit musste ich doch jetzt nicht rechnen. Und habe trotzdem schnell und richtig reagiert, habe einen Unfall vermieden für uns beide, ich kenne den anderen gar nicht, aber auch für mich Lauferei mit der Werkstatt, Reparatur, Wertminderung, vielleicht sogar Krankenhaus, Schmerzen. Alles nur, weil ich schnell und richtig reagiert habe. Und Sie freuen sich über Ihre schnelle, richtige Reaktion. Und wenn Sie gleich am Ziel sind, erzählen Sie noch mal, stell dir vor, aber ich habe unglaublich schnell, sicher reagiert, freuen Sie sich noch einmal. Und wenn Sie abends nach Hause kommen und erzählen das Ihrem Partner, freuen Sie sich noch einmal über Ihre schnelle und richtige Reaktion, die so viele Schwierigkeiten zuverlässig vermieden hat. Es ist die gleiche Situation, es ist nur ein weiserer Umgang mit dieser Situation. Und jetzt kommt das Wunder. Sie brauchen natürlich nicht warten, bis Sie sich wieder mal ärgern, um das umzuerleben. Sie könnten gleich jetzt beginnen und stellen sich einmal eine ärgerliche Situation vor, wo Sie sich bis jetzt möglicherweise geärgert hätten. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, wie Sie weiser damit umgehen. Sie können sogar mehrere Dinge ausprobieren. Soll ich so damit umgehen oder wie wäre es damit? Finden Sie also Ihre ideale Art, bis Sie Ihren Weg gefunden haben, mit jeder ärgerlichen Situation weise umzugehen. Und dann vollendet sich das Wunder, wenn Sie das nämlich 21 Mal gemacht haben, hat Ihr Unterbewusstsein das als neues Programm angenommen. Und irgendwann passiert wirklich wieder mal im Außen eine ärgerliche Situation und Sie warten darauf, dass da was losgeht. Aber da ärgert sich keiner mehr, da kommt nichts mehr. Sie haben es gelernt, mit einer ärgerlichen Situation weise umzugehen. Und so fangen Sie an, Ihr Leben ganz bewusst zu führen. Zum Beispiel, dass Sie schlechte Laune loslassen. Das heißt, jeden Morgen stehen Sie vor der Entscheidung, nicht nur was ziehe ich an, sondern mit welcher Laune gehe ich durch den Tag. Und stellen Sie sich mal vor, wie ich mich jeden Morgen entscheide. Ich nehme natürlich die beste Laune, die es gibt und gehe wirklich gut gelaunt durch den Tag. Aber Sie können es sich noch leichter machen. Eine noch wichtigere Entscheidung ist, sympathisch zu sein. Könnten Sie das gerade mal machen, dass wir das mal üben? Seien Sie doch mal gerade einen Moment sympathisch. Nein, ich dachte schon ein bisschen mehr. Ich meine, Lachen stört nicht, das ist schon gut. Aber reicht alleine noch nicht aus. Also, ich sage es Ihnen, wie es geht. Also, sympathisch sein ist ganz einfach. Sie richten einfach Ihre Aufmerksamkeit beim Anderen automatisch, nicht mehr wie bisher, auf das, was Ihnen nicht gefällt. So, wie läuft der denn rum, der könnte sich auch mal frisieren und so weiter. Ja, das macht das Ego gern, das erhebt mich über den Anderen, wenn ich da den kritisieren kann, sondern...